Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Samstag, den 9. Juni. Der A-Trakt der berufsbildenden Schulen in Nienburg wird abgerissen und an selber Stelle neu gebaut. Für etwa 25 Millionen Euro. Dafür hat sich jetzt der BBS-Ausschuss des Kreistages entschieden. Es ist wahrscheinlich, dass sich auch das gesamte Kreisparlament für diese Variante entscheiden wird. Die teuerste Möglichkeit überzeugt durch das beste Ergebnis und die kürzeste Bauzeit. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat sich am Freitag mit über 100 Teilnehmern zu einem Netzwerktreffen zum Thema Ernährung im Blattpavillon der Nienburger Deuler getroffen. Ziel ist der Aufbau eines Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft, das das Landwirtschaftsministerium in 2019 eröffnen möchte. Reparieren, Tipps geben, Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Seit 2014 können Menschen aus dem Landkreis im Repair Café der Nienburger Volkshochschule kaputte Geräte, Möbel und Kleidung heile machen lassen. Oder sich Tipps abholen, um das selber zu erledigen. Neben Geld sparen geht es dabei um einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen. Am Donnerstagabend ist es in der Schweringer Kreuzkirche zu einem kontroversen Austausch zum Umgang mit der Hakenkreuzglocke gekommen. 80 Menschen aus der Gemeinde waren gekommen, um sich vom Kirchenkreisvorstand Nienburg die Begründung für das Abhängen der Glocke erläutern zu lassen. Welche Möglichkeiten liegen in der Verbunddorferneuerung für die einzelnen Ortsteile der Stadt Rehburg-Lockum? Die Hake fragte jetzt die Ortsbürgermeisterin Michaela Klein nach möglichen Projekten und Chancen, die sie für den kleinsten Ortsteil der Stadt, für Bad Rehburg, im Zuge dieser Verbunddorferneuerung sieht. Die Promenaden stehen bei ihr ganz oben auf der Wunschliste der Fertigstellungsziele. Zum Sport Am Donnerstag fiel der Startschuss für den Bau der neuen Multifunktionshalle beim TKW Nienburg. Allerdings nicht etwa mittels Spatenstich. Ein Großbagger sorgte symbolisch für den Beginn der Arbeiten. Vereinsvorsitzender Georg Hennig freute sich über rund 100 geladene Gäste aus dem TKW aus Sport, Politik und Wirtschaft. Eingeweiht werden soll die Halle im März 2019. Am Samstag trifft der RSV Rehburg im zweiten Relegationsspiel zur Fußballbezirksliga auf den Tuskirchdorf. Nach dem 2 zu 2 gegen den Kreisliga-Vizemeister der Parallelstaffel Susseende wäre eine Niederlage das sichere Aus im Rennen um den Aufstieg. Ein Remis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu wenig sein. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr in Kirchdorf. Seende spielt am Dienstag gegen den Tuskirchdorf. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.